hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge youtubers live mit eurem caruso ja hier ist unser eigenes zuhause endlich ich werde jetzt aber eins machen ich werde gerne mal zu einer party gehen aber vorher gehen wir schlafen dann essen wir was dann machen wir ein video zwar das rennen gerade wie es mein nächstes mal party ist ja ich weiß nur hier machen wir gleich noch einmal ein video video starten ich brauche die kohle erstmal mädel brauchen wir eine pizza wir wissen wie das dann läuft mit neukunden sag ich mal 1 nummer 2 das alles gut ja ich spiele und das will ich nicht zeit war das spiel statt das hier sind kopfschuss während des springens natürlich ich will nichts böses machen du bist ein level aufgestiegen das hier natürlich wir ziehen 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 obkomm schon da ziehen alle oben alle oben sich überlegen noch zwei das hier würde ich schon gerne nehmen was ich das draußen lassen das rein machen das geht da nicht so rum geht nicht geht nicht das hier geht nicht dann habe ich das raus ist halt so wir lassen die draußen das muss hoch das muss hoch rendern so ja lassen wir lassen den ganzen hochladen natürlich was ist das nein gehe ich nicht hin du hast eine neue video art freigeschaltet feigeschaltet ok finde beliebte youtuber und versuche ein interview mit ihnen zu machen deine fans werden es mögen und vielleicht abonnieren dich auch deren abonnenten ok das muss ich erst mal hier wieder präparieren lassen ich weiß ich möchte ein bisschen gas geben so was ist das hier was das ist ja alles was ich hab so wer war jetzt gerade mit mir sauer war sie das ich glaube das war sie nein wir machen was anderes ich möchte mal ganz kurz nach oben gehen wir brauchen Geld wir brauchen Geld für ja wie kann ich jetzt hier ich muss hier schon Kollegen einstellen wahrscheinlich gut dann gehen wir einkaufen geht schon los akzeptieren ich muss ganz kurz schauen ich muss ganz kurz schauen Klan Wars PC 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 gibt ja keine neuen Topseller alles PC 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 08 Das heißt, wir könnten doch theoretisch mit seinem Rechner aufrüsten. Sollen wir... Buuh, das ist immer so eine Sache. Ey, weißt du was, das machen wir auf alle Fälle. Bestimmt, vielleicht bringt es ja was. Das bringt uns nichts mehr. Logitech, immer gut. Ne, das lassen wir dann erstmal so. Wir holen auch das. Okay. Ich hab doch keine Nintendo. Die ist sauer, wenn wir das jetzt nicht machen, ne? Ich muss erstmal abbrechen, weil das hat keinen Sinn. Ich muss jetzt mal... Da. Boah, sind schon teuer, gell? Also die ganzen... Was ist das für ein Gerät? Das will doch keiner. Ja, ich weiß. Ich seh's selber. Ich muss pennen. was essen. Vielleicht will ich ja jemand einstellen jetzt hier. Aber wie stellt man... Doch bestimmt so, ne? Wen haben wir da angelabert? War das nicht dieser... Oh, jetzt hab ich's echt vergessen. Warte mal. Ja... Das ist Level 14 so hoch wie ich. Ach, der macht Lifestyle. Wer will schon Lifestyle? Mode? Oder? Na ja, ich muss echt auf ein Event gehen und Leute kennenlernen. Wir holen jetzt erstmal das neue Spiel raus. Ach... Nicht einkaufen. Das hier. Mal gleich ein Gameplay. Fertig. Mal gleich mal rum. Raus mit. Komm schon. Okay. Ladebildschirm. Unnustig. Komm. Ladebildschirm. Oh. Das Spiel hängt sich auf. Oh, da muss ich böse gucken. Das ist klar. Ausschnitt. Oh, verdammt. Spieltutorial. Professionell natürlich. Ladebildschirm mit Hinweis. Kurzes Kommentar. Und du bist ein Level aufgestiegen. Singend. Passt. Schaut gut aus. Also ich hab's noch nicht so ganz drauf hier mit. Das. 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 Und das. Das ist so unser Schluss. Das. Das. wir machen es einfach so fertig nicht mehr lange rumfackeln hier das das wenn dann ich bin echt schlecht ich muss gucken dass ich mich um einiges verbessern kohle 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 was war das noch ein spiel gut ja liebe freunde was machen wir nun so lange wie immer dass die energie oben ist es ist natürlich ich bin nachbarn reingucken ist nur 160.000 wie läuft das wie geil ist das kleiner mal hier im gegenhaus fertig fortsetzen nichts aufgefristet oder bin ich jetzt ich krieg den zweiten arbeitsplatz ich muss unbedingt herausfinden wie das funktioniert muss ich erst einstellen und dann kann ich ihn ausbauen gut hier gut das spiel lenkt sich auf mir das blick natürlich du hast die ganze beute bekommen jawohl also wenn das macht gut was du hast ein bist du hast ein level durch den kampf aufgestiegen gut 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 okay wir werden mal sehen ob das gut war so 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 das wird der schluss so das hier das hier das hier das hier ne das hier nicht ich will das nicht auch da hält ich mich Ich muss echt Kann ich hier nicht Ich kann gar nichts machen Ich muss das jetzt ersetzen machen oder wie Ich war in Kleister, das darf doch nicht wahr sein Oh man, hab's ja, ne So, weil mich das komplett gaga gemacht hat Ah Das ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen Ich will das hier drin haben So, wie krieg ich das hier sauber rein Das ist drin, fertig Das brauch ich nicht, komm, hier Das muss hoch Das muss hoch Rändern Inhalt, okay So, ich muss auch 10. Mai, ich muss echt aufpassen Ich muss hier Ja Hm Oh Komm, geh pennen Was essen Immer wieder schön, wenn man das Bett macht Okay Ich möchte mich mit ihr unterhalten Definitiv Wie ist die Savanna hier Du bist Level 1 Ach, das ist Sinn, jemand von Level 1 einzustellen? Ich glaube ja nicht, ne? Ich muss einen Player kennenlernen, unbedingt Ich muss einen Player kennenlernen, unbedingt Okay, ich sage, ich bin auf Space-Taste gekommen Komm, machen wir das noch kurz voll Wie wollen sie da? 70 Wie wollen sie da? 70 Wie wollen sie da? 70 Hm Ich will nicht sagen, ich bin sicher, das ist Oh Intro mit Effekten Klang kommt da Musik Auto Ich das müsse Ja So, ich brauche Kohle, Leute Ich brauche Kohle Und das brauche ich ganz schnell Spielräume Da brauchen wir Egal, scheiß drauf Entschuldigung Wir haben den 12. Mai 9. Mai Sieht nach Shooter aus Kaufen wir Ich würde gerne jemanden einstellen, der meine Videos macht, damit ich mich mehr Pushen kann Also mehr Ausbildung machen kann Und 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 Dich zocke mir gleich an Was weiß ich bei 100 Habe ich mich jetzt so verguckt? Ne, wir machen es Wir machen es einfach fertig Komm, raus damit Video starten Wir machen es einfach Weil wir es können So Bin ich echt gespannt, wie das anläuft Normale Spiele Fröhlich Oh Zeige, wo das Spiel startet Und Das Ausschnitt Oh Das Dann machen wir das gar nicht rein, oder? Du hast den letzten Kill gemacht Jawoll Interaktiver Ladebeschirm Lustiges Ne, Ernstes Und Dich Und Dich Oh Mann Muss ich jemanden einstellen? Hat keinen Sinn So Das machen wir gar nicht rein, was will ich mit dem Mist da drin? So 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 Boah, ich gebe doch schon gas, Kollege Bleib doch nur locker So 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 Mehr kann ich ja nicht, ne? Das hier muss ja gorende Punkte, den muss ich unbedingt hochschießen 5 10 so playstudios 2 erscheinen ist was da gehen wir hin aber in der nächsten folge ich sage vielen dank fürs zuschauen hat es euch gefallen lasst doch einen daumen da würde mich sehr freuen und ansonsten wünsche ich in diesem sinne euch einen ganz tollen tag euer grosso bye bye